Hallo Freunde, ich bin's wieder, der NRW über 18, auch wenn ihr mich kaum sehen könnt, Frau Lotter Adventskalender, ich bin's trotzdem. Ja, ich hab's euch gestern schon beim siebten Türchen schon gezeigt, dass ich Zuwachs bekommen habe von der Deutschen Bahn, ein Adventskalender für treue Mitarbeiter, nein, für alle Mitarbeiter natürlich. Ja, und deswegen hab ich mich jetzt entschlossen, ich mache jetzt pro Tag zwei Kalender auf, warum auch nicht. Nicht, weil ich ein Herz nicht vollkriege, nein, weil, ja, was soll ich sonst damit machen? Warten bis zum 24.20 Uhr, dann alle aufmachen, finde ich nicht blöd, deswegen gibt's jetzt jeden Tag ab sofort zwei Kalender. Wir fangen natürlich jeden Tag mit unserem schönen Milka Adventskalender an und dann kommt, ja, der andere dran. So, wir fangen also jetzt an, um euch nicht auf die Folter zu spannen, mit dem achten Türchen am Milka Adventskalender. Und, ähm, ja, lasst mich kurz schauen, wo jetzt die acht ist. Ich hab die neun gestern schon gefunden, die acht ist hier oben. Ähm, wir machen's wieder vorsichtig auf. Und wir finden, oh, ein Schuh. Wir haben einen Schuh da drin und, äh, professionell gelöst, wir haben ein Junge und ein Mädchen, die ein, äh, Reefo getrappieren. Hier oben könnt ihr das sehen. Und hier könnt ihr den Schuh sehen. Woll. Und, äh, auch wieder von der Dicke. Ja, ist keine Führung. Aber es ist wieder ein Fest der Sinne. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Türchen geöffnet am Milka Adventskalender. Und jetzt kommt der andere dran. Fokus, Fokus, Fidigus. Et voilà. Tja, wo wir hier die 8 haben, das habe ich direkt gesehen, auf Anhieb, da pitteln wir einmal rein, machen es auf und finden einen Schweiß. Ja. Der geht schneller weg. Mh, weil Jokolade kleiner ist. Mh. Schmeckt aber auch gut, muss man sagen. Schmeckt wirklich gut. So, Freunde. Und, ähm, ich hoffe, ich werde zu Weihnachten nicht fetter. So. Eine kleine Info noch für euch. Ein, zwei User hat mal gefragt, ob ich die ganzen Teile schon an einem Tag aufgenommen habe und sie dann nur Tag und Tag hochlade. Nein, ich nehme jeden Tag nur ein Video auf, so wie sich das gehört, denn ich mache pro Tag logischerweise aber auch nur ein Türchen auf. Wie sich das hier führt, möchte ich nochmal erwähnt haben. So, Freunde. Ähm, lange Rede, nur kurzer Sinn, das war mein 8. Türchen oder meine 8, äh, ja, meine 2 8 Türchens. Für heute, wir sehen uns morgen wieder, dann wieder mit den beiden Kollegen hier und mit mir natürlich, dem NRW18. Ich werde mich jetzt gleich an, äh, 7 Max Season 1 stürzen und, äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Let's Play gleich wieder und, äh, was die Adventskalender angeht, sehen wir uns morgen wieder beim 9. Türchen. Also, bis dahin, NRW über 18. Adieu. .